Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 29. Wir beschäftigen uns weiter mit Vektorfeldern und wir wollen uns ein paar partielle Differentialgleichungen ansehen. Ja, ich möchte mit einer Bemerkung zur Notation starten. Wenn Sie vielleicht in andere Lehrbücher schon geschaut haben oder vielleicht auch auf das aktuelle Übungsblatt, da werden Sie sehen, dass man sehr unterschiedliche Schreibweisen finden kann für partielle Ableitungen. Und wir haben ja hier in dem Kurs diese Schreibweise hauptsächlich eingeführt. Man findet in der Literatur eben auch die Schreibweise, dass man hier dieses U mit auf den Zähler hebt und dann das Argument dahinter hinschreibt. Oder man lässt diesen Bruch ganz weg und schreibt nur ein Delta mit einem tiefer gestellten XI. Oder man lässt sogar das X weg und schreibt einfach nur ein Delta I U an der Stelle X. Und wahrscheinlich ist diese kompakteste Schreibweise jene, die man dann später in fortgeschrittenen Texten am häufigsten finden wird. Was man auch sieht ist folgendes, wenn man ein Vektorfeld hat und man sich die partielle Ableitung nach XI der J-Komponente des Vektorfeldes ansieht, dann wird es häufig auch so geschrieben, dass man also hier zunächst mal die Komponente kennzeichnet und man macht dann ein Komma und setzt dann dahinter ein Komma I und das heißt, dass man die J-Komponente nach XI eben differenziert. Dann für diese Alpha-arte Partiellen Ableitung, zur Erinnerung, wir haben dieses Objekt ja definiert im Kapitel zu den Taylor-Entwicklungen und das Alpha war hier ein Multi-Index und man hat hier also eine Verschachtelung von partiellen Ableitungen vorliegen. Statt diesem Symbol schreibt man hierzu auch öfters einfach Delta und dann ein hochgestelltes Alpha U an der Stelle X. Naja, also alles was hier in diesen einzelnen Reihen steht, hat die gleiche Bedeutung und man muss einfach genau lesen und den Kontext sich auch anschauen, in dem diese Ausdrücke vorkommen und dann versteht man meistens was gemeint ist. Ja, ein weiterer Punkt bei der Notation ist folgendes, da man ja sehr häufig es mit Vektorfeldern im R2 oder R3 zu tun hat und es vielleicht umständlich ist, immer zu schreiben X1, X2, X3, also die Komponenten durchzunummerieren, verwendet man häufig diese Notation vor Vektoren im R3. Das heißt, man bezeichnet die erste Komponente eines Vektors im R3 mit X, die zweite mit Y und die dritte mit Z oder wenn man im R2 ist, dann hat man halt einen Vektor mit erster Komponente X und zweiter Komponente Y. Das heißt, X, Y und Z sind ja einfach Skalare und bei uns in der Vorlesung war ja meistens X im mehrdimensionalen Setting tatsächlich schon ein Vektor im R3 und ein Vektor, der eben dann reelle Komponenten hatte. Ja, und anstatt dann, genau, und dann möchte man die partielle Ableitung eben auch entsprechend notieren und dann schreibt man Delta X, Delta Y oder Delta XY, um auszudrücken, dass man eben nach der XY oder Z Komponente differenziert. Ich glaube, das wird am besten klar, wenn man sich dieses Beispiel ansieht. Hier ist U eben eine Funktion vom R3 nach R und der Vektor mit Komponenten X, Y und Z wird abgebildet auf diesen Ausdruck hier, auf diese reelle Zahl. Und wenn man jetzt die partielle Ableitung von U nach X sich ansieht, dann muss man einfach hier nach X differenzieren und dann steht hier 3X² plus Z. Und wenn wir jetzt nochmal zusätzlich nach Z differenzieren wollen, dann können wir das so notieren. Delta und unten steht dann XZ von U und wir sehen, weil, wenn wir diesen Ausdruck hier nach Z differenzieren, dann bleibt ja nur die 1 eben übrig, dass wir hier dieses Ergebnis bekommen. Gut, ich denke, das ist alles verständlich, wie diese Notation funktioniert und auch in der Übung werden Sie das trainieren. Ja, eine weitere Anmerkung zur Schreibweise ist das folgende. Wenn wir es mit mathematischen Modellen, zum Beispiel in der Physik, aber auch in anderen Bereichen zu tun haben, dann haben wir es oft mit Vektorfeldern oder mit Skalarfeldern zu tun, die von einer Zeitvariable T, das ist eine reelle Zahl natürlich, und einer Ortsvariablen X abhängig sind. Und die Ortsvariable ist entweder eine räumliche Ortsvariable, also ein Vektor im R3 oder eben, wenn wir ein reduziertes Modell haben, vielleicht ein Vektor im R2. Und dann ist eine typische Konvention folgende, dass man, wenn man den Laplace-Operator auf U anwendet, den Operator nicht so anwendet, wie er eigentlich bei uns definiert ist, sondern, dass man ihn nur auf die räumlichen Variablen wirken lässt. Um das nochmal klarzumachen, wenn wir uns ein Skalarfeld anschauen, das auf dem R4 definiert ist, dann wäre der Laplace-Operator von V, an der Stelle, ich nenne jetzt mal die Variable hier Z, und zwar das soll ein Vektor im R4 sein, wäre ja die Summe der partiellen Ableitung I gleich 1 bis 4, wobei wir eben zweimal in dieselbe Koordinatenrichtung differenzieren. So, und das bedeutet, wenn man strikt diese Definition verwenden würde, dann wäre die Bedeutung dieses Objektes eigentlich eine, wo hier auf der rechten Seite die zweifache partielle Ableitung von U nach T noch addiert werden müsste. Aber es ist eben Konvention, dass wenn T, die erste Komponente, die Bedeutung der Zeit hat und die anderen Komponenten räumliche Komponenten sind, dass man dann den Laplace-Operator eben nur als einen versteht, der auf die x-Variable wirkt, und deshalb steht hier einfach die Summe der parzellen Ableitung, der zweiten parzellen Ableitung nach x1 bis x3 aufsummiert. Und man kann das, um das nochmal deutlich zu machen, auch in der Notation kennzeichnen, indem man einfach ein kleines x hier an dieses Nabler, an dieses Dreieck, nicht an das Nabler, sondern an das Delta dransetzt. Im letzten Video hatten wir ja bereits eine gewöhnliche Differenzialgleichung gesehen, also eine Gleichung, in der eine Funktion einer Veränderlicher vorkam und deren Ableitung oder mehrere Ableitungen, erste, zweite, dritte oder ente Ableitung. Man kann, wenn man jetzt Funktionen mehrerer Veränderlicher hat, zum Beispiel Funktionen, die, oder Skalar- oder Vektorfelder, die von einer Orts- und einer Zeitvariablen abhängen, natürlich dann Gleichungen hinschreiben, die die Funktion, aber auch deren parzellen Ableitung nach der Zeit oder nach dem Ort beinhalten. Und solche Gleichungen nennt man dann eben parzelle Differenzialgleichung. Und diese werden den Studienschwerpunkt bilden im dritten Studienjahr, wenn Sie sich in der Analysis oder auch in der Numerik vertiefen möchten. Und parzelle Differenzialgleichung sind halt von großer Wichtigkeit, beispielsweise in der mathematischen Modellierung, da sehr viele wichtige Phänomene in der Physik, aber auch in der Biologie und in den Lebenswissenschaften durch parzelle Differenzialgleichung beschrieben werden können. Ja, wir möchten uns ein paar Grundgleichungen anschauen im Bereich der parzellen Differenzialgleichung und fangen mit der stationären Wärmeleitungsgleichung an. Die sehen Sie hier, da taucht der Laplace-Operator auf. Die unbekannte in dieser Gleichung ist die Funktion U. Und dieses U ist eben ein Skalarfeld und muss entsprechend eben hinreichend oft differenzierbar sein, sodass man dieses hinschreiben kann. Und dieses f, das da auf der rechten Seite steht, ist eine gegebene Funktion. Ich habe hier eine Lösung für so eine Gleichung mal als Level-Set-Plot hier visualisiert. In diesem Beispiel ist Omega der Einheitswürfel im R2, also D ist in diesem Beispiel 2. Und farblich ist hier gekennzeichnet eben der Wert von U. Und wir lösen hier diese Gleichung mit einer rechten Seite F, die konstant 1 ist. Und zusätzlich fordern wir hier, dass die gesuchte Funktion U 0 ist auf dem Rand des Gebietes, wo wir die Gleichung lösen. So, wie muss man das jetzt verstehen? Wenn U die Temperatur beschreibt, bedeutet diese zusätzliche Bedingung, dass die Temperatur auf dem Rand 0 sein soll. Und dann die Bedeutung der rechten Seite F ist eben eine Wärmequelle. Und dann muss man sich das so vorstellen, ja, wenn man irgendwie einen Körper erwärmt mit einer Wärmequelle, die nicht von der Zeit abhängt, also zeitunabhängig ist. Und wenn man sozusagen so viel Wärme immer abführt über den Rand des Körpers, sodass dort die Temperatur auf einen konstanten Wert eingestellt ist oder kontrolliert werden kann, dann bildet sich, wenn man lang genug wartet, eben ein zeitunabhängiges Temperaturprofil aus. Und das wird durch die stationäre Wärmeleitungsgleichung beschrieben. Und hier sehen Sie eben die Lösung. Sie sehen also, dass im Inneren die Temperatur am höchsten ist und am Rand eben die Temperatur am geringsten ist. So, diese Gleichung beschreibt nicht nur die Wärmeverteilung, sondern man verwendet diese Gleichung auch in Diffusionsprozessen, wenn U zum Beispiel die Konzentration von einer Substanz ist, die diffundiert. Und es gibt sehr, sehr viele Phänomene, die man in einem Gleichgewichtszustand durch diese Gleichung beschreiben kann. Ja, die zweite Gleichung, die Wärmeleitungsgleichung, hat mit dieser ersten viel zu tun. In diesem Fall hat U auch wieder die Bedeutung der Temperatur oder die Bedeutung der Konzentration, je nachdem, was man beschreiben möchte. Hier hängt U jetzt zusätzlich noch von der Zeitvariablen T ab. Der Laplace-Operator wirkt hier, wie besprochen, auf die x-Variable, sodass wenn sozusagen die Funktion U sich nicht mehr verändert, wenn die Zeit vergeht, und damit wäre ja dann die Ableitung hier null. Wenn man diesen Term hier streicht, dann würde man einfach die stationäre Wärmeleitungsgleichung bekommen. Aber wenn man jetzt noch die Zeitabhängigkeit berücksichtigen möchte, was zum Beispiel dann notwendig ist, wenn die rechte Seite die Wärmequelle auch zeitlich variieren kann, dann muss man eben sich die Wärmeleitungsgleichung ansehen. Und auch die wird man dann später im dritten Studienjahr intensiv diskutieren. Hier in dieser untersten Gleichung handelt es sich um eine Wellengleichung. Und hier ist die unbekannte U eben auch von der Zeit abhängig und es tauchen zwei partielle Ableitungen in der Zeit auf. Und das, was hier steht, kann man ruhig in Verbindung setzen mit dem zweiten Newton'schen Gesetz, wo ja auch zwei partielle Ableitungen nach der Zeit aufgetaucht sind. Und in gewisser Weise hat dieser Term hier die gleiche Bedeutung. Das ist also eine Beschleunigung, wenn man möchte. Und wir werden uns jetzt diese Gleichung noch mal genauer ansehen in dem einfachen Beispiel. Das aber auch sehr illustrativ. Ja, wir schauen uns jetzt die Wellengleichung an im eindimensionalen Fall. Das heißt, die x-Variable lebt in R und die Dimension ist 1. Und mit dieser eindimensionalen Wellengleichung hat man ein sehr einfaches Modell, um eine schwingende Seite zu beschreiben, wenn man annimmt, dass die Seite nur in einer Ebene schwingt. Eine echte Seite auf einer Geige zum Beispiel, die schwingt natürlich in alle Richtungen. Und die kann man auch näherungsweise durch das Modell, das wir hier beschreiben, eben modellieren. Aber in Wirklichkeit ist das Verhalten viel komplexer. Okay, aber wie geht man hier vor? Also was wir uns betrachten möchten, ist eben eine Seite der Länge L. Ich male die mal hier hin. Wir sagen einfach mal, dass die Seite eingespannt ist und dass das eine Ende der Seite bei 0 ist und das andere Ende der Seite bei L. Und diese Seite, wenn man sie anregt durch Zupfen, Streichen, Draufhämmern oder wie auch immer, diese Seite wird beginnen zu schwingen und wir müssen uns zunächst mal die Frage stellen, wie wir die Deformation der Seite beschreiben können. Wenn die Seite schwingt, was passiert da? Da werden sich diese, wenn man einen Punkt auf der Seite markiert, dann wird, wenn die Zeit vergeht, sich dieser Punkt im Raum bewegen. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass sich so ein Punkt eben nur nach oben oder nach unten bewegen kann, also orthogonal zu dieser Geraden, die ich eingezeichnet habe. Und die Gerade soll die Ruhelage der unangeregten Seite eben beschreiben. Und dann kann man, wenn man diese Annahme trifft, dass man sich nur in normalen Richtungen deformieren kann. Wenn man diese Annahme trifft, dann kann man zu jedem Zeitpunkt die Deformation der Seite dadurch beschreiben, dass man ein Skalarfeld U betrachtet. Dieses Skalarfeld ist auf Null bis Unendlich Kreuz I definiert. In dieser ersten Komponente wird die Zeit eingesetzt. Das ist also der Raum der Zeitvariablen. Wir beginnen im Zeitpunkt Null und möchten die Schwingung bis Unendlich ferner Zukunft beschreiben. Und in diesem zweiten Faktor in dem Produktraum steht ein Intervall 0L, was eben für die Punkte steht entlang der Seite. Und jedem Paar Tx, also jedem Zeitpunkt und jedem Punkt auf der Seite, wird jetzt eine reelle Zahl zugeordnet. Und die Bedeutung dieser reellen Zahl ist die Auslenkung der Seite zum Zeitpunkt T im Punkt X. Das heißt, dieser Vektor hier ist, der Abstand hier ist durch die Zahl UTx gegeben. Und die Konvention ist jetzt einfach, wenn UTx positiv ist, dann liegt der Punkt überhalb. Und wenn es dann negativ ist, ist es unterhalb. Und so kann man für jeden Zeitpunkt die Auslenkung einer Seite zunächst einmal beschreiben. Ja, und dann kommen eben Gesetzmäßigkeiten der Physik, Erhaltungsgleichungen, die letztlich dann auf diese sogenannte Schwingungsgleichung führen. Ich möchte jetzt nicht diskutieren, wie die zustande kommen, sondern ich habe es jetzt einfach hingeschrieben. Und das ist eine Wellengleichung, denn hier sieht man die zwei Parzellenableitungen nach der Zeit. Und hier sieht man den Laplace-Operator im Eindimensionalen. Im Eindimensionalen, wenn X also eine reelle Zahl ist, dann ist die Summe aller Parzellenableitungen in die Koordinatenrichtung gerade hier durch diese zweite Ableitung von U nach X gegeben. Und das ist die Schwingungsgleichung. Das ist eine Parzelle-Differentialgleichung. Und man möchte, dass diese Gleichung gelöst wird für alle positiven Seiten und alle Punkte X in I. Und eigentlich sollte ich hier besser schreiben in dem offenen Intervall 0L. Die Randpunkte möchte man jetzt nicht berücksichtigen. Und in dieser Gleichung kommt ein Parameter K vor, der von den Materialeigenschaften der Seite abhängig ist, auch von der Masse der Seite, den elastischen Moduli und so weiter. Das ist nicht so wichtig. Das fassen wir zusammen mit einem K, das eben echt positiv sein soll. Gut. Dann hatten wir ja gesehen, dass wenn wir diese schwingende Seite haben, dass die Randpunkte der Seite eingespannt sind. Das heißt, dass am Rand, wenn wir hier die Seite irgendwie deformieren, am Rand soll keine normalen Auslenkung eben vorhanden sein. Und das kann man durch diese Randbedingung ausdrücken. Die Randpunkte haben die Labels X gleich 0 und X gleich L. Da ist man bei der 0. Das ist also hier X gleich 0 und hier ist man bei X gleich L. Ja, und zu allen Zeiten soll eben an den Randpunkten die Auslenkung 0 sein. Das ist diese Randbedingung. Ja, und dann hat man auch eine andere Bedingung. Zum Beispiel könnte man sagen, zum Zeitpunkt T gleich 0 soll die Seite ausgelenkt sein, so wie Sie es hier sehen. Das ist vielleicht jetzt nicht so realistisch, aber das könnte man formulieren. Und das würde man durch diese Anfangswertbedingung zum Ausdruck bringen. Und das zweite, was man noch festhalten kann, ist, wie die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0 jedes Punktes auf der Seite ist. Das wäre diese zweite Randbedingung. Und so kommt man letztlich auf ein Modell, das aus einer partiellen Differenzialgleichung besteht, einer Randbedingung und einer Anfangswertbedingung. Und Sie lernen dann im dritten Semester, so etwas zu untersuchen und Lösungen zu finden und auch ganz abstrakt zu untersuchen, ob Lösungen überhaupt existieren und welche Eigenschaften diese dann haben. Was wir jetzt und was Sie jetzt schon machen können, ist, mithilfe eines Ansatzes zumindest eine Lösung für diese Gleichung bestimmen. Und den Ansatz, der fällt jetzt hier vom Himmel sozusagen, der ist hier angegeben. Wir schauen uns eine Funktion u an von dieser Form. Und in dieser Darstellung hier gibt es zwei Parameter, nämlich c und k. Und was man eben jetzt machen kann, ist folgendes. Man kann diese parametrisierte Funktion in die partielle Differenzialgleichung einsetzen und einfach mal überprüfen, ob man durch geeignete Wahl von c und k diese partielle Differenzialgleichung lösen kann. Und so ein Vorgehen nennt man dann eben ein Lösungsverfahren, das auf einem Ansatz beruht. Und der Ansatz ist dieser hier. Lustigerweise spricht man ja in der Mathematik auch in anderen Sprachen von einem Ansatz. Also auch im Englischen wird der Ansatz Ansatz genannt. Ja, wir möchten uns jetzt dieses Lösungsverfahren genauer ansehen. Und ich möchte als erstes an die Wellengleichung erinnern, die wir betrachten wollen. Das war also die zweimalige Ableitung nach t von u minus diesen Parameter k mal die zweifache Ableitung nach x von u. Und das soll 0 sein. Das war also unsere Wellengleichung. Und jetzt bei dem ansatzbasierten Lösungsverfahren setzt man nun dieses u in diese Gleichung ein und stellt sich die Frage, für welche Parameter c und k bekommt man dann die Lösung dieser partielle Differenzialgleichung. Okay, wenn ich dieses u hier einsetzen möchte, dann muss ich zweimal nach t ableiten und ich muss auch zweimal nach x ableiten. Und dann rechnet man einfach aus, was da rauskommt. Also wenn ich u zweimal nach t ableite, dann stellt man fest, durch das zweimalige Nachdifferenzieren und durch die Rechenregeln von Cosinus, dass da gerade minus c Quadrat Cosinus ct Sinus kx rauskommt und das ist nichts anderes als minus c Quadrat u, c, x. Dieser Ausdruck ist ja nichts anderes als u. Und genauso sieht man, wenn man den zweiten, die Ableitung nach x berechnet, dass da minus klein k Quadrat u eben rauskommt. Und diese beiden Terme setzt man jetzt hier ein und man stellt fest, dass dann eben minus c Quadrat u plus Großk mal klein k Quadrat u gleich 0 herauskommt. Und das muss nur für alle t und x gelten. Also ich müsste hier noch das Argument von u dazuschreiben. Und weil man t und x so wählen kann, dass das Skalarfeld von 0 verschieden ist, stellt man fest, dass hier raus dann eben sich ergibt, dass c Quadrat gleich Großk mal klein k Quadrat ist. Und ja, wie so eine Lösung aussieht, möchte ich Ihnen hier zeigen. Nun, wir wissen ja, wie man Funktionen auf R visualisiert oder auch Funktionen auf einem Intervall 0L. Jetzt haben wir hier eine Funktion u, die ja noch von der Zeit abhängig ist. Und dann ist es eine gute Idee, wenn man so etwas visualisieren möchte, dass man eben ein kleines Filmchen macht und dann die Abhängigkeit von t eben tatsächlich als Zeitentwicklung der Funktionsgrafen darstellt. Das heißt, das, was Sie hier sehen, wäre jetzt ein Beispiel für so eine Funktion, wo die Parameter c und k richtig gewählt sind. Sie sehen hier so einen Teil der Sinus-Funktion. Ich verrate Ihnen nicht, wie jetzt das k gewählt ist, aber das c ist passend dazu gewählt sozusagen. Und wenn ich jetzt das Filmchen starte, dann sehen Sie, wie die Zeit eben vergeht und wie sich jeder Punkt x hier hoch und runter bewegt. Ja, und dann sehen Sie hier so eine Schwingung. Das ist eine Schwingung einer Seite. Sieht doch schon ganz schön aus. Aber Sie stellen zum Beispiel fest, dass zwar hier am linken Punkt die Randbedingung erfüllt ist, dort ist die Auslenkung u immer 0 für alle Zeiten, aber am rechten Punkt ist eben die Auslenkung nicht 0. Dort ist die Seite sozusagen noch nicht eingespannt, die Randbedingung ist nicht erfüllt. Und wir haben hier für l gleich 1 gesetzt. Ja, wir müssen uns also noch um die Randbedingungen kümmern. Und ich habe hier die Randbedingungen einfach nochmal hingeschrieben. Für alle t soll u an der Stelle 0 und u an der Stelle l eben 0 sein. Das war diese Bedingung, dass die Seite eingespannt ist. Ja, und in diese Bedingung setzen wir jetzt wieder unseren Ansatz ein. Und da dieses Jahr für alle t gelten muss, sehen wir, dass das Äquivalent dazu ist, dass eben, wenn wir nochmal das u ansehen, dass Sinus k mal 0, das gleiche ist wie Sinus k mal l, und das soll eben 0 sein. Das ist diese Bedingung hier. Und da sehen wir, okay, k mal 0 ist 0. Das ist also immer erfüllt für die linke, für den linken Punkt der Seite. Und aus dieser Bedingung hier folgt nun, da wir die Nullstellen des Sinus eben kennen, das sind nämlich alles Vielfache von Pi, das k mal l beschreiben lässt als ein n mal Pi mit einem n aus m. Und wir haben somit eine zweite Bedingung an das k gefunden und diese Bedingung hängt jetzt von der Seitenlänge l eben ab. Ja, und wir sehen auch, dass hier diese Bedingung nicht nur durch ein spezifisches k und damit auch ein spezifisches c gelöst werden kann, sondern es gibt eben abzielbar viele Möglichkeiten, diese Bedingung zu erfüllen. Nicht überabzielbar viele, aber eben abzielbar viele. Ja, ich möchte Ihnen wieder ein Filmchen zeigen, das jetzt diesen Ansatz u mit Parametern Ihnen zeigt, die eben diese ersten zwei Bedingungen, die wir identifiziert haben, erfüllen. Und wie gesagt, haben wir dann die Möglichkeit, für eine beliebige natürliche Zahl zu wählen. Und in diesem ersten Beispiel ist n gleich 1 gewählt. Und das sieht dann so aus. Das ist also die Auslenkung der Seite zum Zeitpunkt t gleich 0. Und wenn man das jetzt startet, dann sehen Sie, dass nicht nur zum Anfangszeitpunkt die Randbedingung erfüllt ist, sondern auch zu allen Zeiten. Und Sie sehen, wie diese Seite hier so schön hoch und runter schwingt. Ja, ich möchte Ihnen auch noch mal eine andere Lösung zeigen, dieses Mal für n gleich 2. In dem Fall sieht unser Ansatz, wenn wir C und k gemäß dieser Bedingung hier wählen mit n gleich 2 eben zum Zeitpunkt 0 so aus, wie Sie es hier sehen. Und wenn wir jetzt hier das Filmchen starten, dann sehen Sie, wie eben die Seite so hoch und runter schwingt. Und wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, dass zum Beispiel dieser Punkt doppelt so häufig in dem gleichen Zeitintervall wie zuvor diese Nulllinie passiert. Das heißt, wenn man in Frequenzen denken möchte, dann hat diese Schwingung die doppelte Frequenz. Ja, hier sehen Sie ein letztes Beispiel für n gleich 5. Wir sehen auch, dass es hier 1, 2, 3, 4, 5 Extrema gibt. Das ist wieder unser Ansatz, wenn wir die Parameter richtig wählen mit n gleich 5 und zum Zeitpunkt 0 sieht der Ansatz eben so aus. Und wenn wir jetzt das Filmchen starten, dann sehen Sie, wie das so schön hin und her schwingt. Und jeder Punkt wird jetzt fünfmal so schnell sich nach oben und unten bewegen wie beim ersten Beispiel, wo n gleich 1 war. Um das soweit zusammenzufassen, was wir gemacht haben, ist diesen Ansatz zunächst in die partielle Differenzialgleichung, in unsere Wellengleichung einzusetzen. Wir haben dann diese Bedingung gefunden. Dann haben wir die Randbedingungen berücksichtigt, haben diese Bedingung gefunden und haben festgestellt, dass dieses n hier ein Freiheitsgrad ist, den wir wählen können als eine beliebige natürliche Zahl. Und so kommt es, dass für jedes n wir ein Skalarfeld bekommen, welches die Wellengleichung und diese Randbedingung hier löst. Und nun kommt ein weiterer Punkt und das ist die Superposition und dieser Punkt sagt uns, dass wir auch beliebige Linearkombinationen dieser Funktionen betrachten können. Also damit ist gemeint, wir können also neue Funktionen definieren, u, t, x, die wir schreiben als eine Linearkombination, sagen wir n gleich 1 bis zu irgendeinem Groß n, dann haben wir hier Koeffizienten a, n, natürliche Zahlen und multiplizieren diese dann mit den Funktionen dieser speziellen Form. Und weil nun unsere Wellengleichung und die Randbedingungen linear sind, wenn wir die Ableitung bilden von einer Linearkombination, dann ist es die Linearkombination der Ableitung und so ist es auch, wenn wir der Fall, dass wenn wir diese Differenzialgleich, diesen Differenzialoperator auf eine Linearkombination anwenden, dann ist es die Linearkombination der einzelnen Terme und da jeder einzelne Term hier die Differenzialgleichung erfüllt, erfüllt auch die Linearkombination die Differenzialgleichung. Wir sehen also und das können wir einfach nachrechnen, dass Terme dieser Art, Skalarfelder dieser Art eben auch diese beiden Gleichungen hier lösen. Und das wollen wir uns auch noch kurz ansehen. Ja und zwar schauen wir uns den Fall an, wo dieses Groß N 100 ist, das heißt wir werden die ersten 100 Uns aufsummieren. Man nennt die Uns übrigens auch die Obertöne. U1 ist der Grundton, U2 ist der erste Oberton und so weiter. Und so summieren wir den Grundton und die ersten 99 Obertöne auf und die Amplituden, die Ans, die Koeffizienten haben wir bei diesem Beispiel so gewählt, dass sie einfach 1 durch N sind. Das heißt, die werden kleiner, je höher die Nummer des Obertones ist. Und das sieht dann so aus zum Zeitpunkt 0, haben sie hier so eine Sägezahnartige Schwingung. So sieht das aus zum Zeitpunkt 0 und wenn wir das mal starten, dann sehen sie, wie hier so ein Sägezahn hin und her läuft von rechts nach links und links nach rechts und das ist eben eine Lösung für diese Wellengleichung. Wir möchten noch ein letztes Beispiel für diese Superposition ansehen und zwar haben wir jetzt bei diesem Beispiel nur die Koeffizienten geändert und 1 durch N durch 1 durch N Quadrat ersetzt. Und die Funktion, die man dann zum Zeitpunkt 0 herausformt, hat diese Gestalt und die Schwingung sieht dann so aus. Nun, man kann darüber jetzt noch ganz viel sagen. Eine Bedingung, die wir ja noch nicht betrachtet haben, ist ja die Anfangsbedingung. Die Anfangsbedingung, die eben fordert, dass zum Zeitpunkt t gleich 0 die Funktion eine vorgegebene Form hat und wir hatten auch eine Bedingung an die Anfangsgeschwindigkeiten uns vorgegeben. So, man kann, wenn man den Ansatz noch ein bisschen erweitert und einen ähnlichen Term dazu addiert, folgendes beobachten, nämlich, man kann in einem gewissen Sinn eine sehr große Klasse von Anfangsdaten approximieren, indem man Superpositionen bildet mit den richtigen Koeffizienten. Und wie man das macht, erklärt die Fourier-Reihenentwicklung. Das ist etwas, was Sie vielleicht in der Funktionalanalyse kennenlernen werden. Und mit dieser Fourier-Reihenentwicklung kann man dann diese Koeffizienten aus den Anfangsdaten U0 und V0 berechnen. Und so kriegt man dann, wenn man diese Superposition eben für die richtigen Koeffizienten sich ansieht, sehr gute Approximation der Anfangsdaten auch. Und kann dann die Anfangsbedingungen zumindest approximativ erfüllen. Und wenn wir dann diese Anzahl der Terme, die wir betrachten, also dieses n hier oben, gegen unendlich schicken und diesen Grenzwert n gegen unendlich in den eigenen Funktionen Raum der Bedeutung beimessen können, man nimmt dann einen L2-Konvergenz beispielsweise, das müssen Sie jetzt nicht verstehen, dann kann man tatsächlich zu einem Grenzwert übergehen, der dann diese Anfangsbedingungen erfüllt. Und all das lernt man in der Funktionalanalyse später. Ich möchte Sie mit diesen Ausführungen hier jetzt nicht erschrecken, das ist etwas, was Sie in den nächsten Semestern kennenlernen können, wenn Sie es möchten, aber ich denke, es ist ein schöner Ausblick zu sehen, was man eben mit der Differenzialrechnung und den mathematischen Methoden später alles machen kann. Ja, und man kann, wenn man möchte, auch die Funktion nicht nur visualisieren, sondern auch anhören und kann damit dann auch Verbindungen herstellen, zum Beispiel zu Klang-Eigenschaften von musikalischen Tönen, zur Obertonreihe, zum Quintenzirkel, zur Pythagrischen Stimmung und so weiter. Damit möchte ich dieses Lernvideo beenden und viel Spaß und bis zum nächsten Mal.